Hallo, für alle, die es nicht wissen, mein Name ist Jürgen Klopp und ich war die letzten sieben Jahre Trainer von Jakob Blaschikowski, der heute seine Biografie der Weltöffentlichkeit vorstellt. Da kann man sich die Frage stellen, ist 30 Jahre, fast 30 Jahre, der richtige Zeitpunkt, eine Biografie zu veröffentlichen? Ich sage, bei diesem Leben, bei diesem bewegten Leben, absolut. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, Jakob ist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, ein großartiger Mensch, ein guter Freund, ein klasse Fußballspieler und er war der absolut richtige Kapitän der polnischen Nationalmannschaft. Heute geht es aber nicht um Fußball, sondern heute geht es um das Leben und er hat viel zu erzählen. Sein Leben ist beispielgebend für viele Menschen, die Probleme hatten in der Kindheit oder in der Jugend. Und trotzdem noch dem Leben die richtige Wendung gegeben haben. Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend und vor allem beim Lesen des Buches. Ich werde es auf jeden Fall haben. Bis dahin, euer Jürgen Klopp.